Aufzugsbau HES. Ihr Spezialist für individuelle Personen-, Lasten- und Güteraufzüge. Unsere Stärke ist die Installation und der Komplettservice rund um Aufzüge, die in Maß und Design genau auf ihre jeweiligen Anforderungen zugeschnitten sind. Dafür bieten wir von der Planung bis zur Realisierung unter Berücksichtigung der funktionellen, baurechtlichen und sicherheitsrelevanten Aspekte alle Leistungen aus einer Hand. Unsere bestens ausgebildeten Teams übernehmen die fachgerechte Installation und Rekonstruktion der Aufzüge vor Ort. Ihre Sorgfalt und der einsatzhochwertige Aufzugsbaugruppen garantieren den zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebensdauer. Ob regelmäßige Wartung oder Notfall, unsere Techniker und Technikerinnen sind immer für sie da. Durch die digitale Vernetzung werden alle Aufträge schnell und effizient abgewickelt. Als Ausbildungsbetrieb sorgen wir dafür, dass wir auch in Zukunft unsere hohen Qualitätsstandards gewährleisten können. Profitieren Sie von der über 35-jährigen Erfahrung und dem umfassenden Know-how unseres Familienunternehmens. Von Harry Hess gegründet, arbeitet heute bereits die dritte Generation im Unternehmen mit. Familiär geht es auch in unserem Team zu, denn mit einem starken Team sind wir stark für unsere Kunden. Aufzugsbau Hess – Aufzüge und Service nach Maß.